Oh mein Gott, Leute, mir Tüten. Warum wolltest du nicht runter? Okay. Ja. So, danke. Jede Menge Blumen und so weiter. Oh Gott. Runter da. Kisse holen. Ah, Marshmallow. Endlich, endlich wieder Marshmallows. Was? Egal. Marshmallow. Ich liebe sie. Ich liebe diese Marshmallows. Ich liebe sie einfach. Die beste Erfindung der Menschheit. Okay. Yay, drei Marshmallows. Was war das? Egal. Okay, so. Und rein da. Was ist das für ein Teil? Bomber. Ah. So, Leute. Was ist das? Was ist das? Ich habe keine Ahnung. Okay, Sterni. Patrick, Star. Wow. Wow. Geschafft. Okay. Da liegt jede Menge Geld. Wir können es aber nicht mitnehmen. Außerdem sind wir sowieso ehrliche Chaps. Und Chips. Aber eher Chaps im Moment. Egal. Egal. Ich merke gerade, wie sehr ich zu ihm passe. Na, wirf das weg. Wirf das weg. Wirf das weg. Und durch da. Yes. Ah. Du kannst nicht springen. Okay. Ja, er läuft einfach gerade aus in seinen Tod. Es kommt mir bekannt vor. Warte, woher eigentlich? Ah, breit. Ich bin eine Kiste. Ich komme da auch nicht mehr hoch. Von daher. Okay. Ich brauche bis dahin wenigstens mal eine Kiste. Wirf doch. Okay. Man kann mit den Teilen nicht werfen. Es fällt mir früh auf. Ja, toll. Dann bin ich wieder hier oben. Hat mir jetzt viel gebracht. Ich komme nicht vorbei. Ja. So, jetzt aber. Nein. Ich habe Nein gesagt. Was? Naja. War ja klar, dass eine zweite kommt. Okay. Wie lange war das Safe jetzt weg? Egal. Können sowieso noch mal neu. Oh. What the? Okay. Ah, hier kommt. Nein, hier liegt eine Tomate. Ein Apfel. Verdammt. Es sind Äpfel. Hm. Okay. Es sieht so aus, als könnte man hier rüber. Ah. Hoch da. Yes. Vergiss es. Okay. Das war... Warte. Wenn ich das hier drauf stapel, dann auch das hier drauf stapel, das hier drauf stapel, dann komme ich da oben nicht dran. Aber ein Versuch war es wert, oder? Ja, jetzt komme ich selbst nicht mehr da hoch. Außer natürlich, ich lege das Teil. Ist ja auch total logisch. Damit kann man das eigentlich unendlich hochbauen. Mit diesem Prinzip. Jetzt aber erst mal da hoch. Ja. Es war total umsonst. Jetzt aber. Nochmal. Hier durfte ich sogar Stand haben. Ja. So. Rein da. Irgendwie einfach. So. Nochmal. Und. Nein. Nein. Warum denke ich... Nein. Warum denke ich bei dem... Nein. Warum... Nein. Warum denke ich bei dem Viech da oben an Bugs Bunny? Ich weiß es nicht. Obwohl es Alcazone ist. Ah. 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 Konzentration. Begeisterung. Und Hirnlosigkeit. Ah. Okay. Ist das hier ein toter Winkel? Das Vieh hat einen toten Winkel. Ja gut. Aber ich kann ihn dann auch nicht treffen. Aber was soll's. Das Vieh hat einen toten Winkel. Das freut mich. Wie soll ich da jetzt hinlaufen und dich treffen? Ah. Okay. Warum war eigentlich unten der Boden plötzlich weg? So jetzt aber. Jetzt aber. Komm. Komm. Und Fahrzeug. Schon wieder ist der Boden... Der Boden ist gar nicht weg. Wie verwirrt bin ich eigentlich? Okay. War optische Täuschung wegen dem... Blau. Keine Ahnung. Jetzt. Nein. 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 So. Jetzt nochmal. Wollen wir. Okay. So. Jetzt aber. Bäm. Bäm. Es hat noch drei Leben. Beast. Da oben. Drei Leben. Zwei. Null. Irgendwas habe ich übersprungen. Egal. Zone G. Clear. 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 What the hell happens? Ja, bewirf sie mit Blumen. Danke, Leute. Ich wüsste, dass ihr es tun könntet. Alcatone ist einfach weggelaufen. Aber ihr... ...könnt ihn jagen mit meiner Rakete. Was? Was? Ha. Okay. Hier geht's dann weiter beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao.